Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe mich freiwillig in Wands von Champion 1 auf Diamant 1 runtergerankt, weil ich mich einfach zu schlecht fand. Ich konnte mich aber sofort mit einer 10er Winstreak von Diamant 1 auf Diamant 2 nach oben arbeiten und habe jetzt versucht auf Diamant 3 zu kommen und die erste Runde war ein bisschen glücklich, aber ich gewinne sie. Und in der zweiten Runde dachte ich, der Gegner wäre AFK, deswegen wollte ich auf ihn warten. Ich bin ja nicht so, aber er war gar nicht AFK, aber er wollte auch nicht. Er wollte den Ball irgendwie, ist das Diamant 2, liebe Leute? Jetzt kommt er endlich an. Ich wollte halt auch, um ehrlich zu sein, nur den 50 haben, damit ich jetzt den Ball in Ruhe reinmachen kann. Und auch diese Runde konnte ich am Ende gewinnen. Und der nächste Gegner wollte unbedingt Freestylen. Ich wollte es nicht, aber er ist einfach hartnäckig geblieben. Schau dir gerne die ganze lustige Folge jetzt auf YouTube an, sie ist genau hier verlinkt. Und es tut echt gut zu wissen, dass Diamant 1 und 2 für mich noch keine Probleme darstellen. Denn ich konnte sieben Spiele in Folge gewinnen und bin Diamant 3.